Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beim Begriff Wellness denkt man in der Regel an ein Luxushotel oder an einen exklusiven Fitnessclub. Es geht aber auch anders. Mit einem umfassenden Sortiment aus dem Coop, Bau und Hobby kann man sich nämlich in einem ungenutzten Raum oder in einem leeren Keller eine eigene Wellness- oder Fitness-Oase einrichten. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit fühlt man sich in der Sauna so richtig wohl und es gibt einem Gelegenheit, auch mit den Familien ein paar entspannende Momente zu verbringen. Gell, Daniela? Ja, das stimmt. Die meisten Leute haben gerne Sauna. Als wirkungsvoller Nebeneffekt wird der Körper dabei entschlackt und abgehärtet. Und auch die Haut wird gepflegt und erfrischt und durch Blutung gefördert. Ausserdem werden die Sauerstoffzufuhrer erhöht und Herz-Kreislauf-Funktionen verbessert. Nicht so verbreitet wie die Sauna, aber stark im Trend sind die Wärmekabinen. Was haben die für Vorteile, Daniela? Das regelmäßige Benutzen der Wärmekabinen fördert den Stoffwechsel und Entschlackung des Körpers. Muskelverkrampfungen und Zerrungen kann man vorbeugend und therapeutisch behandeln. Chronische Gelenkenkrankungen, Rheuma, Bindengewebe und Muskelschmerzen positiv beeinflussen. Wer jemal die wohlige Wärme von den Wärmekabinen erlebt hat, möchte nie mehr darauf verzichten. Zu den vielschichtigen Wellnessbedürfnissen gehören selbstverständlich auch Wasser und Dampf. Auch diese werden im Bau und Hobby abgedeckt und zwar mit Whirlpool für Innen- und Aussenbereich, Duschsäulen zum Licht einbauen oder eine perfekte Dampfduschkabine für höchste Ansprüche. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch an den Service von Bau und Hobby erinnern. Saunas und Wärmekabinen werden auf Wunsch auch heimgeliefert und montiert. Und auf allen Geräten und Installationen gibt es mindestens zwei Jahre Coop-Garantie. Garantie gibt es auch auf dem Rezept von Betty Bossi, nämlich die bewährte Gling-Garantie. Ich backe den Fisch raus, im Öl und dafür mache ich einen schönen Teig. Ich mache keinen Bierteig, sondern einen anderen Teig. Anmächelige Stücke, die man wirklich gerade Lust hat, zum Dreibeiss. Und dann im Öl schön rausfrittieren. Was kann man da dazu sagen? Und das wäre unser frittierter Fisch mit Sellerie-Orangen-Sauce. Das ganze Rezept zum Nachkochen sehen Sie morgen über Mittag am halb eins auf diesem Sender und wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Velo-Fahren trainiert Herz-, Lungen- und Gefäße, senkt den Blutdruck und den Puls. Es fördert die Fettverbrennung und ist gut für die Gesäfe-, Ober- und Unterschenkelmuskulatur. All das erreicht man zu Hause im eigenen Fitnessstudio mit den Hometrainern von Bau und Hobby. Was ist das für ein Gerät, Daniela? Das ist ein sogenannter Cross-Trainer für ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining. Beasprucht werden den Beinen, Hüften und das Gesäß. Das Oberkörpertraining ist mit den Beinen gekoppt und stärkt die Arme, die Schultern, Brust und den Rücken. Eine tolle Sache also und absolut empfehlenswert. Mehr, viel mehr als wir Ihnen hier zeigen konnten, entdecken Sie in Ihrem Bau und Hobby. Lassen Sie sich vom Fachpersonal dort beraten. Seit es Superpunkte gibt, haben uns Zuschauer geschrieben und sich erkundigt, wieso Sie ausgerechnet bei Interdiscount keine Superpunkte bekommen. Dort wird es ja wegen den grösseren Beträgen, die man ausgeht, besonders gut rentieren. Hier ist die Stellungnahme vom Konsumentendienst. Ich habe heute eine gute Nachricht für alle, die die Superpunkte bei Interdiscount vermisst haben. Ab sofort gibt es Superpunkte auch bei Interdiscount. Sie können also doppelt profitieren. Vom günstigen Interdiscount-Preis und von den zusätzlichen Superpunkten zum Sammeln. Teilnahmekarten gibt es in allen Interdiscount-Filialen und in den Inseraten von Interdiscount. Das ist es für heute. Aus dem Wattländer Jura kommt im Herbst ein einzigartiger Weiches, der Vacheramondo Suisse, zu uns. Mehr zu dieser Köstlichkeit erfahren Sie bei uns in einer Woche. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen!